Herr Minister, im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsfraktionen darauf verständigt, zwei wichtige Menschenrechtskonventionen zu ratifizieren. Das ist einmal das Fakultativprotokoll zum UN-Sozialpakt und zum anderen die ILO-Konvention 169 zum Schutz indigener Völker. Schon im letzten Bericht über die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung wurde zugesichert, dass die Ratifizierung des Zusatzprotokolls zum Sozialpakt intensiv geprüft werde. Im Dezember hatten wir dazu die Staatssekretärin aus dem Arbeits- und Sozialministerium im Menschenrechtsausschuss, die hat gesagt, es sei nun Bewegung in die Sache gekommen. Bisher haben wir allerdings von dieser Bewegung nicht so viel gemerkt. Ich habe zwei schriftliche Fragen gestellt zum Stand des Ratifizierungsverfahrens und habe eigentlich auch keine Antwort gekriegt. Und jetzt frage ich Sie, wie ist der Zeitplan für beide Prozesse, also Zusatzprotokoll und ILO-Konvention, und wann können wir mit einem Abschluss rechnen? Wie Ihnen in der Antwort auf Ihre Fragen bereits mitgeteilt wurde, ist das gegenwärtig ein Teil der regierungsinternen Abstimmung. Ich gehe davon aus, dass so wie im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, die Ratifizierung vorgenommen wird. Ich würde mich darüber freuen, wenn uns dies in diesem Jahr gelingt. Ich kann Ihnen keinen exakten Zeitplan nennen, aber die Absicht der Bundesregierung ist so wie im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir beide Dokumente ratifizieren.